Supermarkt Samstag und heute aus einem deutschen Supermarkt. Das Bier habe ich mir mitgebracht, als ich kurz durchs kleine deutsche Eck gefahren bin. Was das für eine Brauerei und welches Bier es ist, wir reden darüber in 6 Sekunden. Hey, schön, dass ihr drangeblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid an einem Supermarkt Samstag. Der Tag, der aber heute reserviert ist für Biere aus einem Supermarktregal auf diesem Planeten. Und dieses Mal war es mein Trip nach Tirol. Da bin ich über das kleine deutsche Eck gefahren und habe in Bad Reichenhall mal schnell angehalten und an einem Supermarkt mir ein kleines Jausenpaket geholt. Und dann konnte ich natürlich nicht umhin und bin auch in die Bierabteilung und habe mir das heutige Bier mitgebracht. Das steht auch, glaube ich, bei euch relativ weit oben auf der To-Do-Liste. Hofbräuhaus Traunstein, das Helle, habe ich schon mal getrunken. Allerdings, da war ich in Traunstein unterwegs und war dann auch dort vor Ort. Habe dann mal so die vielen Brauereien, die es ja in der Stadt gibt, glaube drei oder vier sind es, alle an einem Tag mal abgeklappert. Und das Letzte, wo es mich dann hin verschlagen hat, war das Hofbräuhaus Traunstein. Und da war das Helle eigentlich ein sehr angenehmes Bier, aber habe mich da auch noch ein bisschen durchs Weißbier probiert. Konnt auch alles noch, denn auch das habe ich mitgenommen. Ja, auch die Brauerei ist sehr davon überzeugt, dass dieses Bier ein Bier ist, was dem einen oder anderen von euch schmeckt. Und der Braumeister hat wohl mal gesagt, das Bier muss so sein, dass man beim zweiten schon das dritte bestellt und ans vierte denkt. Und ja, das spricht dann, glaube ich, Bände. Es muss süffig sein, muss gut trinkbar sein. Und das ist ja bei einem Hellen, glaube ich, definitiv der Fall. 5,3 Volumenprozent, wenn ich mir richtig gemerkt habe. Genau, 12,3 Grad Plato. Es ist Tamtam, hier da unten steht es Gerstenmalz, Hopfen und Wasser und natürlich auch Hefe mit drin. Denn wir reden ja über ein Bier, das aus Bayern kommt. Und ja, das ist auch ein, man sieht es da oben so ein bisschen, das weiß-blaue Wappen in der Stadt Traunstein da oben drauf. Und das Stadt Traunstein ist wahrscheinlich vom Hofbräuhaus das Wappen. Gefährliches Halbwissen. Wir schenken uns das Bier mal ein und dann geht es aber mal so was von schnell an den Hals, dass wir mal gucken können, ob wir dann schon an das vierte denken. Ich wüsste jetzt gerade nicht, wo ich mir das dritte bestellen könnte, aber es ist ja auch mein erstes. Insofern, das galt ja nur fürs zweite. Eine überraschend helle, goldene Farbe, glanzfein, ein schöner, weißer, kräftiger, was ist das hier, drei Finger breiter, Schaum oben drauf in der Nase. Oh, das ist aber, oh, da bin ich aber überrascht. Das ist so ein getreidig, helles Malz. Schön so florale Noten dabei, leichte Hopfennoten, insgesamt super frisch. Aber auch so eine leichte Karamellnote, die im Hintergrund so ein bisschen mitschwingt. Oh, das hat mir gut. Setz ihn wohl, cheers. Wow, bam. Das ist überraschend jetzt für mich, weil es ja von der Farbe her eher auf der helleren Seite zu Hause war. Aber das hat eine richtig kräftige Malzsüße. Es hat auch eine schöne Fruchtigkeit, so ein bisschen Trockenobst dabei. Auch Zitrus mit am Start. Kräutriger Hopfen. Schön vollmundig, super balanciert. Eine ganz angenehme, so ein würziger Charakter im Hintergrund. Aber es ist auch vom Mundgefühl her, es ist einfach sehr leicht zu trinken. Und auf einmal gibt dann so eine Herbe von hinten ein bisschen Gas. Aber das ist, finde ich, auch wieder mal ein helles. Das, wo man sagen kann, ja, alles klar, das ist ein helles. Da braucht man nicht drüber zu reden. Das passt wunderbar. Aber es hat dann eben auch so ein bisschen so einen uniken Charakter. Hat einen hohen Wiedererkennungswert, würde ich sagen. Wenn ich mir jetzt mal so die Hellen anschaue, die ich so in der letzten Zeit getrunken habe, das Bier hat dann definitiv einen eigenen Charakter. Und ob jetzt dem einer geschmeckt oder ob das einem nicht geschmeckt, boah, das ist ja wieder eine ganz andere Geschichte. Aber es ist eben nichts, wo man sagen kann, das kommt jetzt zwingend von der Stange und dann ist auch eigentlich die Welt wieder für Bierliebhaber in Ordnung. Hat einen schönen, schlanken bis mittleren Körper. Angenehme, mittlere Kohlensäure. Und eine tendenziell eher glatte Textur. Das ist jetzt sehr angenehm hinten raus. Und einfach auch super süffig. Also brauchen wir uns jetzt nichts vorzumachen. Das ist wirklich ein Bier. Da gehen die vier sicher, wenn man es dann am Abend drauf anlegt. Und im Nachdruck, schön grasig, helles Malz. Die Süße bleibt auch stehen. Und der Hopfen, der gibt dem Ganzen so eine Zitrusnote, ohne dass da jetzt ein bisschen Säure reinkommt. Und das Ganze zieht sich dann einfach in einen wunderbar angenehmen und erfrischenden Nachdruck hinten rein. Ich muss sagen, ja, auf der einen Seite ein bisschen uniker Charakter. Auf der anderen Seite ist es mir, ja, es fehlt so ein bisschen das, wo ich sage, wow, das ist es jetzt, es ist nicht so ganz mein Ding. Und deshalb gibt es für das Helle vom Hofbräu Traunstein immer noch wohlverdiente 3,5 Punkte für das Helle aus dem Hofbräuhaus Traunstein. Wenn ihr dieses Bier kennt und der Meinung seid, na, das gibt aber locker mal 5 Punkte, dann schreibt mir das mal hier unter das Video. Wenn ihr der Meinung seid, nee, es verdient noch weniger Punkte, dann schreibt es auch. Wir lassen es ein bisschen diskutieren. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Bierverkostung. Das wird dann am Montag schon der Fall sein. Und bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Verabschiede mich. Bis dahin. Tschüss, boah, servus, brust und ahoi. Cheers.